Moin ihr Lieben und Herzen Willkommen zu einem neuen Video von mir, heute wieder mit nem 2v2 Gameplay. Ja Boys, wie ihr hier im Hintergrund seht, sind wir heute mit dem Fennec unterwegs. Ich liebe den Fennec und ich spiele wirklich sehr, sehr gerne mit dem Fennec. Bei mir ist es immer so, wenn ich mit dem Octane nicht gut klarkomme, irgendwie denke, ich hab ne schlechte Phase, dann geh ich in die Garage, drücke 1 und hol mir den Fennec. Ich will von dir wissen, was machst du, wenn du ne schlechte Phase hast? Wechselst du auch Auto oder was machst du? Schreib's in die Kommentare. Wir sehen uns im Spiel. Bis gleich. Bevor das Video aber losgeht, zeichne ich mir nur kurz meinen Sponsor AORH.com. Hier kriegt ihr nämlich Blueprints, Credits und alle möglichen Items auf allen Konsolen. Mit dem Code AGTV könnt ihr mich dabei unterstützen. Viel Spaß mit dir. Ja, ihr Lieben, ihr spielt mit Thailand zusammen gegen Gwal und XenCis. Let's go, Jungs. Team Hyponic E-Sports am Start. Mal gucken mal, was hier so geht. Ja, da war nicht so gut der Clear. Okay. Müsste er haben, hat er auch. Wunderbar. Hier hoch. Schönes Ding, schade von mir. Gut gemacht. Hoffen, dass er ihn trifft. Macht ihn nicht. Schade. Good try. Was passiert? Ich forse hier. Okay, wichtig. Gut gemacht von mir. Hier hoch zum Zilling. Ich konnte nicht hin, Jungs. Ich konnte nicht hin. Schwierig. Let's try. Drinne ist, ich miss. Okay, okay. Ich wollte den Ball nicht berühren. Also, bevor der unter der Latte ist, berühren. Deswegen bin ich da so spät hin. Es war schwierig, es war schwierig. Aber okay, hat zum Fake erreicht, Jungs. Let's go. 1-0. Sehr schönes Match. Guter Start. Let's go. Gegner kommt. Gegner schießt. Schade. Ui, was war das? Schön. Starke Aktion von Thailand. Ganz stark. Let's go. Das macht er ganz stark. Das macht er richtig stark hier. Gönnt euch. Gegen 2. Dieser Touch. Gönnt euch, wie stark der den kriegt. Über 2 durch und let's go. 2-0, Jungs. Starkes Match. Let's go. Okay. Gucken, ob ein Pass kommt. Schön hinter den Mann. Let's go. Gutes Ding. Guter Pass von Thailand. Auch wieder hier. Richtig stark gesehen. Schöner Touch. Ich mit meiner Annahme. Und dann hier. Der Gegner steht halt so, dass er ihn nicht kriegen kann. Es ist schwierig zu nehmen, dieser Ball. Let's go, Jungs. Schöner Pass. Weiter geht's. Und durch. Gönnt euch von mir. Macht die nicht schade. 1 gegen 1. Ich fake. Und Touch. Let's go. Okay. Musst ihr er haben. Gönnt stark. Wir sammeln Boost Pads. Und zuteil an der Zeit. Er nimmt sich die Zeit. Mal gucken. Boom. Let's go, Jungs. 4-0. Starkes Match. Gegner sehr offensiv. Darf man halt einfach nicht so offensiv reingehen. Ich schreibe ihm. Ich habe ihn. Boost nimmt man mit. Gehe leider nicht weiter. Ich probiere den Boost hier noch zu kriegen. Boom ihn. Okay. Ist okay. Oh, gefährlich. Aber der müsste Thailand kriegen. Den kriegt er auch. Den kriegt er auch. Er misst. Ich wollte faken. Okay. Fake hat funktioniert. Wunderbar. Ich will hier keinen Boost benutzen. Wir brauchen nämlich den Boost 4. Okay. Thailand kommt durch. Hint von mir auch. Schade. Good try. Wir sind in der Mitte. Good try. Bleib dran. Ich probiere den Ball zu passen. Good try von mir. Ah. Bomb mich. Oh nein. Ich dachte, er sieht das, dass ich den Ball spiele. Ich dachte, er sieht das. Meines Schuld. Meines Schuld. Das ist dumm gelaufen. Er sieht mich ja. Ah. Dachte, vielleicht spiele ich ihn an oder so. Okay. Kann passieren. Kann passieren. Schade. Schade. Komm mit. Er nimmt den Boost, dann nehme ich den. Er geht drauf. Ich bleibe schön hinter ihm. Oh. Train land. Glück gehabt, dass die Gegner hier fällen. Ich wollte eigentlich den Gegner boom. Gucken wir mal, was wir hier noch durchkriegen. Oh. Der ist nicht da. Schade. Hat er eigentlich Zeit gehabt, hier ranzukommen. Oh. Ein guter Schuss vom Gegner. Ganz stark gemacht. Er hat er nicht mitgespielt. Ich muss das vielleicht auch sehen, dass er nicht da ist. Und probiere somit vielleicht ein bisschen mehr Zeit rauszuholen. Er ist von mir auch einfach mal so. Probiert halt einfach. Wir faken. Auf geht's. Vielleicht gibt es ein schlechter Tats von mir. Oh. Das hat weh. Das hat weh. Sehr gut. Könnte ich auch über ihn drüber spielen. Aber ist okay. Die Gegner haben jetzt Druck. Die müssen jetzt ein Tor machen. Probier's hier nochmal. Let's go. Geiles Ding, Jungs. 5 zu 2. Starkes Match hier. Von uns beiden. Hier. Ich nochmal hin. Ich hab gesehen, der Gegner ist ziemlich langsam. Und deswegen bin ich da oben. Und der Ball kommt auf jeden Fall schräg wieder runter. Passt soweit, Jungs. Let's go. GG hier an die Gegner, die schon verlassen haben. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, was für ein Rang wir sind. Ich hab gar nicht so richtig nachgeschaut, Jungs. Buckus Mode ist übrigens bei mir an. GC 2, Liga 2. Ist okay. Weiter geht's. Im nächsten Match. So, Jungs. Ultimatives Match hier. PC gegen Konsole. Auf geht's. Ihr kennt das übrigens, wenn da PsyNet draufsteht. Ob das PC oder Konsole ist. Ich denke mal, wenn ihr auf PS4 spielt, steht bei euch dann PsyNet, wenn es ein PC-Spieler ist. Ach, schade. Ich bin nicht bewusst, kann meinem Mädchen nicht helfen. Boomin aber. Okay, hat er ihn gefakt. Kein Problem, kann passieren. Hat der Gegner gut gemacht. Hat er einfach abgewartet. Wir sehen. Boah, komm der war mies, der war mies. Nicht schlecht, Mann. Gutes Schuss auf jeden Fall. Gut, passt von mir. Ah, er wollte mir nochmal zurückpassen. Ist okay. Ich hab gehofft, dass er schießt. Okay. Muss er nehmen. Nein, 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 nein. Ich hab keinen Boost. Nein. Okay. Verdammt, der Gegner kriegt auch noch Boost. Boomin wenigstens. Um ihn. Und ich krieg den Boost nicht. Jetzt musst du hin, Digi. Verstöne. Okay, wir orientieren uns. Komm, Digi, bist du da? Bist du da? Bist du da? Eier ist da. Wunderbar. Was für ein 50 Grad hier. Okay. Gegner Bob nicht. Boah, der ist zu stark. Aber der ist gut. Der probiert es. Schade. Good try. Okay. Ich bin da. Nach vorne. Komm hier nicht hin. Ziemlich zu leicht von mir hingegangen. My bad. Den hätte ich auf jeden Fall hier diese Stelle hier kriegen können. Ich hab einfach nicht geflickt. Musste ich nochmal rein. Passt schon. Kann passieren. Richtig. Richtig. Schade. Probieren wir den zu passen. Schöner Pass. Schöner Pass. Schöner Schuss. Let's go. Schönes Ding hier. Guter Pass. Sehr geil. Diese Brum. Diese Brum. Wir gehen hier zu euren Mates. Damit sowas passieren kann. Ja. Ganz wichtig. Schön. Auf geht's. Wir holen ihn noch auf hier. Sehr gut. Bin da unsicher bei solchen Bällen. Deswegen gehe ich lieber Boost holen. Fokus. Nochmal gegen die Wall. Thailand kommt. Schieß. Und das 2 zu 2. Let's go Jungs. Ganz stark. Hier bin ich nicht auf Solo gegangen. Ich hab gesehen der Gegner kommt. Er ist schon oben. Deswegen der Touch. Wichtig. Ich hab gesehen er kommt nie hin. Und hier hat der Gegner einfach keine Chance Jungs. Schönes Ding. Let's go. Weiter geht's. Fuck. Fucked. Okay. Nein. Das war nicht gut von mir. Ich hab' ich mich verdreht. Schöne Touch von mir. Ich hätt' Boost mitnehmen können. Das wäre ja natürlich noch besser gewesen. Da er jetzt kein Boost hat. Schade. Ich hab' ich wieder mäßig boost. Verdammt. Den muss ich nehmen den Boost. Hier klau ich aber Boost. Ist oben. Schöne Touch. Oder die Latte schade. Gut try. Kann er stören. Er ist da. Er ist da wunderbar. Passt. 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 Ist okay. Aber der Gegner wird dran kommen. Dann gehen wir hoch. Nur schwierig gegen zwei. Nein. Das ist nicht gut der Ball. Verdammt. Oh mein Gott. Der Ball war so schlecht von mir. Nein. Nein. Thailand. Das war mein Fehler. Das war absolut mein Fehler. Der Touch. Manchmal ist halt einfach nicht gut zu passen. Ja. Wenn man keinen Boost hat. Er war ja ready. Bloß ich hab' den Ball nicht richtig erwischt. Schade. Come on. Der ist drin. Der ist drin. Der ist drin. Der ist nicht drin. Verdammt Jungs. Den hätte ich machen müssen. Über den Gegner. Und den mache ich ganz stark. Schön Thailand. Ganz wichtig. Du rettest hier meinen Arsch. Mein Hit war gut. Hint den Gegner hier. Da muss er fahren. Der hätte wahrscheinlich gar nicht erwischt. Und ich wäre hier hingekommen. Let's go. Gut gemacht. Okay. Wir probieren nochmal zu faken. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Beide faken. Okay. Oh mein Gott. Good try. Ins kurze Eck. Let's go. Wir sind drin. Wir sind drin. In der Meinung. 4 zu 3. Das ist doch Wahnsinn. Was für ein geiles Game hier. Was für ein geiles Game. Let's go. Let's go. Ich mag das, wenn er folgt. Ja gut. Er schießt. Und er macht ihn ganz stark. Unter die Latte schon wieder hier. Let's go. 5 zu 3 Jungs. Was für ein geiles Game. Wir gucken uns das Tor an. Wahnsinn. Hier. Boom. Kommt sogar noch mal hin. Schönes Ding Digi. Schönes Ding. Ganz stark. Unglaublich. Geiles Match von ihm. Ich probiere irgendwie den Ball zu touchen. Und das ist. Das war es Jungs. Das war es. GG an dieser Stelle. Let's go. Let's go. Sehr schön gespielt Mann. Sehr schönes Ding hier von Thailand. Ganz stark. Hammer geil. Von uns beiden als Team. Sehr gut gespielt hier. Beide 600 Punkte. Wahnsinnes Gameplay Jungs. Wahnsinn. GG ist auf jeden Fall. So boys. Wir sind jetzt bei 1670 Punkte. Und es geht auf jeden Fall einiges. Man merkt. Wir sind immer deutlich besser als die Gegner. Und vielleicht schaffen wir demnächst noch die 1700. Ich würde sagen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Euer AngiZackTV. Euer AngiZackTV. Fürs corporate. Im nächsten Video. Vielen Dank.